So, wir haben hier eine Funktion c e hoch x plus a, das heißt c und a gesucht und wir wissen, in dem Punkt 0,1 soll die Tangente, die ich da habe, die Steigung 2 haben. Also ich habe jetzt so eine Skizze, ich habe irgendwo eine e-Funktion und ich habe bei 0,1 hier so eine Tangente und ich soll hier die Steigung 2 einzeln haben. Das ist die Lage. Ich male immer xy drunter und was heißt denn das? Also a ist auf dem Graphen gf, das heißt f von 0 gleich 1, damit der Punkt a drauf liegt. Und die Steigung, also m gleich 2, das heißt die Ableitung f' von 0 muss 2 sein. Das sind die beiden Infos und damit habe ich dann zwei Gleichungen und ich habe ja auch zwei Unbekannte und dann könnte es eigentlich funktionieren. Hier ein bisschen so Platz machen und loslegen. Also f von 0 ist 1, das heißt ich habe hier 1 gleich c mal e hoch 0 plus a. x ist 0 und jetzt die Ableitung f' von x ist e hoch x ist e hoch x, c bleibt und a fällt weg. Das ist die Ableitung, das heißt f' das heißt das ist 2, also wenn ich 2 gleich c mal e hoch 0. Ja und e hoch 0 ist 1, das heißt 2 gleich c. Gut, habe ich schon. Das setze ich ein an die Stelle und dann habe ich so 1 gleich c, ne c war ja 2, habe ich schon. 2 mal e hoch 0 ist 1 plus a, dann mache ich minus 2, a gleich minus 1. Schön. Dann schreibe ich noch zu guter Letzt dieses schöne Ergebnis hin irgendwo, wo ich Platz habe. Das heißt die gesuchte Funktion lautet f' y ist gleich 2 e hoch x minus 1. Die enthält den Punkt 0,1 und hat bei 0 die Steigung 2.